Königin Mary von Dänemark ist für ihr elegantes und selbstbewusstes Auftreten bekannt, doch kürzlich sind Fotos aufgetaucht, die eine verspielteere und auffälligere Seite der Königin zeigen. Die Fotos, die im Internet kursieren, zeigen Königin Mary in einer Vielzahl von gewagten und mutigen Outfits, was viele Fans schockiert und überrascht hat. Bevor wir fortfahren, liken Sie bitte dieses Video und abonnieren Sie unseren Kanal. Auf einem Foto trägt Königin Mary ein leuchtend rotes Kleid mit einem gewagten Ausschnitt, kombiniert mit einem auffälligen Schmuckstück. Ihr Haar ist in lockeren Wellen gestylt und ihr Make-up ist gewagt und lebendig. Der Gesamtlook ist weit entfernt von ihrem üblichen konservativen Stil und ihre Fans können nicht genug davon bekommen. Ein anderes Foto zeigt Königin Mary in einem eleganten schwarzen Overall, komplett mit tiefem Ausschnitt und High Heels. Ihr Selbstvertrauen und ihre Haltung strahlen auf dem Foto durch und sie sieht durch und durch wie eine Modal-Kone aus. Das Foto wurde für seine elegante und moderne Ästhetik gelobt und viele Fans haben ihre Bewunderung für Königin Marys Bereitschaft zum Eingehen von Moderisiken zum Ausdruck gebracht. Aber nicht jeder ist ein Fan von Queen Marys neuem Look. Einige Kritiker warfen ihr vor, zu protzig und aufmerksamkeitshöschen zu sein, und äußerten ihre Sorge, dass sie sich zu weit von ihren königlichen Pflichten entfernt. Die meisten Fans sind jedoch anderer Meinung und sehen die Fotos als erfrischende Abwechslung für die Royals. Trotz der Kontroverse haben Queen Marys Fotos zweifellos viel Aufsehen und Aufmerksamkeit erregt. Sie wurden online weithin geteilt und haben eine liebhafte Debatte über die Rolle der Mode in der königlichen Familie ausgelöst. Ob sie Queen Marys neuen Look nun gutheißen oder nicht, eines ist sicher sie setzt definitiv ein Stigment. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Queen Marys heiße und protzige Fotos Fans auf der ganzen Welt schockiert und begeistert haben. Während einige Kritiker ihr vorwarfen, zu gewagt und aufmerksamkeitshöschen zu sein, sehen die meisten Fans die Fotos als erfrischende Abwechslung für die Royals. So oder so setzt Queen Mary mit ihrer Modewahl zweifellos ein Statement, und wir können es kaum erwarten zu sehen, was sie als nächstes tut. So oder so setzt Queen Mary mit ihrer Modewahl auf der ganzen Welt schockiert.